New York City ist gefährlich. Man kann von einem Fahrrad angefahren werden. Selbst wenn man ein Star ist. In diesem schockierenden Video sieht man, wie Nicole Kidman von einem Fahrradfahrer angefahren wird. Umstehende kommen sofort zu ihrer Hilfe. Der Fahrradfahrer war Fotograf Karl Ruh, der anscheinend zu spät versuchte zu bremsen. Er fuhr noch mit hohem Tempo Nicole an und sie ging zu Boden. Miss Kidman war außer sich vor Wut. Als die Polizei am Ort des Geschehens ankam, sagte sie aus, sie möchte den Fahrradfahrer verklagen. Er fuhr sie an, als er auf dem Weg zurück zum Hotel war, nachdem er die Calvin Klein Collection Modenschau fotografiert hat. Sogar ein Krankenwagen kam zu dem Hotel. Jedoch stellten die Sanitäter keine ernsthaften Verletzungen fest. Das war wirklich ein beinahe Unfall. Warum fährt er denn auch auf dem Bürgersteig? Ausatmen. Untertitelung im Auftrag von funk, 2017 Vertraue und believes in阶OS zwischen den Wurr приг Square. r